Hallo, wir haben gute Nachrichten für euch. Wir haben seit neuestem einen Peertube-Account. Peertube könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie YouTube. Es ist eine Videoplattform, nur dass die Server dahinter von einzelnen Personen betrieben werden. Diese sind dann miteinander verknüpft und das ganze ist dezentral. Also eine Videoplattform nur ganz ohne Google. Vor kurzem hat uns ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass er jetzt eine eigene Instanz betreibt und schwupp, jetzt haben wir auch endlich Peertube. Damit könnt ihr unsere Videos jetzt ohne Google-Dienste schauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald!